Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, dass du hier wirst, dass wir Zeit miteinander verbringen können. Und das hier heute ist eine ganz entspannte, schöne Seelenfolge, wo es wirklich nur darum geht, dir ein bisschen Seelenfutter zu geben, dich aufzuladen und so drei Impulse reinzugeben, von denen ich hoffe, dass sie dich stärken, von denen ich hoffe, dass sie dir Vertrauen schenken in deinen Weg. Und ich teile mit dir so ein bisschen meine kleine Glücksformel. Ist es die Glücksformel? Ja, Glück, ich weiß nicht, ob Glück das richtige Wort ist, sondern eher so eine innere Formel, die ich habe, um meinen eigenen Weg zu gehen und um daran zu glauben, dass das, was ich mir vornehme, das, was ich erschaffen möchte, der Mensch, der ich sein möchte, dass das möglich ist. Also vielleicht ist es eher, oh, ich weiß, was es ist. Es ist die Selbstwirksamkeitsformel. Das ist eine Formel für deine Selbstwirksamkeit. Genau das ist es für eine authentische Selbstwirksamkeit. Ja, gut, dass wir das hier direkt im Intro geklärt haben. Also du bekommst von mir hier in dieser Folge deine Selbstwirksamkeitsformel. Und die hat drei Komponenten. Und diese drei Komponenten erfährst du jetzt gleich in dieser Folge. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, wir Zeit miteinander verbringen können. Mach es dir gemütlich oder falls du gerade spazieren gehst oder Auto fährst oder wie auch immer, wo auch immer du gerade bist, beim Kochen, unter der Dusche. Schön, dass wir Zeit miteinander haben. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich vor allen Dingen auch so sehr, denn der Podcast ist nominiert im Deutschen Podcastpreis. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind unter den fünf top nominierten Podcasts. Und jetzt am 6.7. ist die Preisverleihung. Ich werde euch natürlich sagen, wie es gelaufen ist. Ich freue mich natürlich auch für alle Mitnominierten. Und danke, danke, danke an der Stelle für alle, die gevotet haben. Von Herzen Dankeschön. So cool, so schön. Und mal gucken, ob unser Baby den Deutschen Podcastpreis bekommt. Aber so oder so ist dieser Podcast einfach so ein Geschenk für uns alle. Und ich bin einfach so dankbar für die letzten Jahre und all das, was entstehen durfte. Und genau, wenn du magst, wie immer, hüpfe einfach auch zu Instagram nach der Folge zu mir rüber, at lauramalinaseiler. Teil mir deine Gedanken mit. Abonnier super gerne YouTube hier, falls du es auf YouTube schaust. Und auf Spotify gibt es jetzt für Podcasts eine neue Möglichkeit, nämlich eine Q&A-Funktion. Das heißt, wenn du auf Spotify den Podcast hörst, kannst du in dieser Q&A-Funktion mir schreiben, mir eine Frage stellen, was du gerne im Podcast hättest. Also, welche Frage würdest du gerne beantwortet haben im Podcast? Und dann kann ich die beantworten. Ja, richtig geil. Also freue ich mich drauf. Können wir direkt mal ausprobieren. Und genau, ich höre jetzt auf, hier rumzuquatschen und fange an. So schön, dass du da bist. Wie gesagt, im Intro gerade schon, wo ich die Folge entwickelt habe. Es geht um Selbstwirksamkeit und es geht darum, dass ich mit dir meine persönliche Selbstwirksamkeitsformel gerne teilen möchte. Und die Idee zu dieser Podcast-Folge ist entstanden, weil ich gerade an einem neuen Buch arbeite. Seit ein paar Wochen oder Monaten jetzt eigentlich schon arbeite ich daran. Die Idee zu diesem Buch ist mir gekommen, als ich letztes Jahr in New York war. Nein, Quatsch, schon zwei Jahre her, als ich vor zwei Jahren in New York war. Oder war es letztes Jahr? Willst du mir kurz überlegen? Oh mein Gott, es war letztes Jahr. Time flies. Also, letztes Jahr war ich in New York mit meiner besten Freundin. Dominique im Mai, glaube ich. Vielleicht war es auch das Jahr davor. Ist auch egal. Ich war auf jeden Fall in New York. Und Dominique ist einen Tag früher, nee, an dem Morgen, wir sind am selben Tag zurückgeflogen. Aber genau, sie ist morgens geflogen, ich bin abends geflogen, weil ich zurück nach Maui bin. Und sie ist zurück nach Deutschland. Und ich hatte dann noch Zeit an diesem Tag und bin in New York rumgelaufen. Und ich liebe es, wenn ich irgendwie in Städten bin. Ich gehe super gerne in Kirchen. Ich bin zwar kein religiöser Mensch, aber ich mag Kirchen. Irgendwie, ich mag diesen Raum, ich mag, wie es da riecht. Ich mag irgendwie dieses Kühle, gerade im Sommer. Und immer, wenn ich irgendwo bin und Zeit habe, setze ich mich super gerne in Kirchen und sitze da und schließe die Augen und meditiere und nutze einfach diesen Raum, der ja eh schon so aufgeladen ist mit Glauben und mit Hoffnung. Für mich. Jedenfalls war ich da, was ist das, die Fifth Avenue oder so in New York. Also eine, da auch, wo das Rockefeller Center ist. Und ich bin da lang gelaufen und da ist so eine wunderschöne alte Kirche. Ich habe jetzt gerade leider auch vergessen, wie diese Kirche heißt. Spielt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall war da so eine wunderschöne alte Kirche, so eine große Kirche. Und ich habe mich da reingesetzt und saß da irgendwo hinten auf der Bank, einfach me, myself and God. Und ich habe die Augen geschlossen und habe für mich so ein bisschen meditiert, ein bisschen mit Gott gequatscht. Und dann habe ich diesen Impuls bekommen, während ich da in dieser Kirche saß, dass ich ein Buch schreibe zu dem Thema spirituelle kurze Botschaften, die jeder Mensch in seinem Alltag integrieren kann, leben kann. Wie so kurze Impulse einfach. 21 Love Codes. Und ich saß dann da und dachte mir so, ja, voll die schöne Idee. Und habe dann noch ein bisschen da gesessen und einfach diesen Raum genossen und habe diese Idee so in mir aufgenommen, in mein Herz aufgenommen, wie ich das immer mache, wenn Ideen reinkommen. Und irgendwie hatte das für mich so total die Magie, weil ich war in dieser Kirche und es war irgendwie so schön. Und dann kam irgendwie diese Botschaft für mich runter. Und das ist übrigens 99 Prozent all der Dinge, die ich tue, die ich beruflich tue, sind Dinge, die mir als Idee reinkommen aus der spirituellen Welt. Und ich führe das aus, ist nur ungefähr. Darum wird es auch gleich gehen in diesen drei Qualitäten von der Selbstwirksamkeitsformel. Naja, auf jeden Fall saß ich also in dieser Kirche. Ich empfange diese Idee und ich denke mir so, ja, ist mega die schöne Idee. Hey, pack sie in mein Herz. Das mache ich auch immer so. Ich nehme die dann erstmal in mein Herz auf. Ich empfange die, ich tue die in mein Herz, lasse sie da sich ausruhen, ankommen irgendwie bei mir, sich wohlfühlen und gucke, ob die Idee bei mir bleiben möchte. Ja, ich lasse sie dann erstmal so ein bisschen so bei mir und gucke, ey, sind wir cool miteinander? Verstehen wir uns? Fühlt sich das gut an für beide Seiten? Wollen wir zusammen weitergehen? Und so lasse ich dann die Idee immer erstmal so mit mir gehen. Und ich bin dann aus der Kirche rausgegangen und war dann noch ein bisschen da spazieren. Es war ein mega schöner Tag und habe mich dann auf die Treppenstufen gesetzt. Und in meinem Handy, in meinen Notizen habe ich so eine Ideensammlung. Und immer, wenn ich eine Idee empfange und die in mein Herz kommt, mache ich mir dazu auch immer eine Notiz, wo ich mir das dann aufschreibe. Und ich habe mir dann damals eben aufgeschrieben, ich schreibe ein Buch mit 21 Love Codes, mit 21 spirituellen Botschaften, wo es darum geht, ins Vertrauen zu kommen. Und habe die Notiz dann zugemacht und bin dann auch erstmal zurück nach Maui und dann ist ja auch noch ganz viel passiert, das Jahr. Und für mich war jetzt dieses Jahr 2022, 2023 auch wirklich ein Jahr, wo es bei mir ganz, ganz, ganz viel darum ging und auch immer noch darum geht, ins Vertrauen zu kommen. Und zu vertrauen, dem eigenen Weg zu vertrauen, mit Herausforderungen umzugehen. Und dazu schreibe ich jetzt eben gerade dieses Buch. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein super schönes Erlebnis, diese 21 Botschaften gerade aufzuschreiben, weil ich eben wirklich immer die Augen schließe und einfach gucke, okay, was kommt als Botschaft zu den unterschiedlichen Themen. Und das schreibe ich dann auf. Genau, das Buch wird voraussichtlich, ich glaube, im November dieses Jahres erscheinen, wenn ich fertig geschrieben habe. Und ich packe dir auch den Link super gerne in die Shownotes, wenn du es dir schon mal angucken möchtest. Jedenfalls sind drei dieser Botschaften die Bestandteile aus der Selbstwirksamkeitsformel, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und die erste Botschaft oder eins der wichtigsten Bestandteile auch von diesem Buch und überhaupt von dem, was ich in den letzten Jahren für mich erlebt habe und wo ich merke, ohne das komme ich nicht in meine Selbstwirksamkeit, ohne diese innere Qualität, ohne diese innere Qualität in mir zu nähren, ohne diese innere Qualität in mir zu ehren, ohne diese innere Qualität in mir existieren zu lassen, zu hören, mit ihr in Verbindung zu gehen. Und ohne diese Qualität, wo ich dir jetzt gleich sage, welche es ist, bin ich nicht in meiner Kraft, bin ich nicht authentisch, bin ich nicht ich, bin ich nicht verbunden mit der höchsten Version von mir selbst oder der kraftvollsten Version von mir selbst. Und diese erste Qualität, um die es geht, ist die Intuition. Die Intuition ist, umso mehr ich mit meiner Intuition auch arbeite, wie dieser goldene Fluss der Weisheit, der unsere Seele mit unserer Herkunft, wirklich aus diesem spirituellen Ort, aus dem wir alle kommen, das ist wie so dieser goldene Fluss, den unsere Seele gespannt hat oder den unsere Seele fließen lässt, aus unserer Seelenheimat, aus diesem Ort der Liebe, wo wir alle herkommen, bis hin zu dem Moment, wo wir irgendwann wieder aus diesem Leben heraustreten. Aber unsere Intuition ist wie dieser goldene Fluss der Weisheit, der durch uns alle fließt und in dem wir schwimmen können. Und wenn wir beginnen, in diesen Fluss der Intuition zu steigen, unserer eigenen Intuition zu steigen und dem zu folgen und dem zuzuhören und uns davon auch tragen zu lassen, werden wir an Orte gebracht, zu Menschen gebracht, zu Begegnungen gebracht, in Erfahrungen gebracht, zu denen wir nicht kommen würden, wenn wir nicht in diesen Fluss steigen würden. Und manchmal ist es am Anfang unglaublich schwer, diesem Fluss zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass wenn du in diesen goldenen Fluss der Weisheit, diesen inneren goldenen Fluss der Weisheit steigst, dass du schwimmen kannst, dass dieser Fluss dich trägt. Weil du erstmal bist so, ja okay, aber ich laufe ja eigentlich, ich schwimme ja eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich diesem Fluss vertrauen kann, ich weiß ja gar nicht, wo der mich hinbringt. Und ich für mich habe so wahnsinnig in den letzten zwei Jahren gelernt, diesem Fluss zu vertrauen. Und es sind die größten Wunder in meinem Leben passiert, wirklich sind, ich werde euch das alles mal in Ruhe irgendwann erzählen, es sind die verrücktesten, schönsten Dinge in meinem Leben passiert, weil ich angefangen habe, auf meine Intuition zu hören. Und oft waren das auch Entscheidungen, die erstmal von meinem Verstand her so ein Quatsch waren, wo mein Verstand wirklich gesagt hat, Laura, macht gar keinen Sinn. Aber dieser goldene Fluss in mir, meine Intuition, meine innere Stimme war so, doch, genau das ist dein richtiger Weg. Mach das, fahr an diesen Ort, ruf diesen Menschen an, sag zu dieser Anfrage nein. Schreib an diese Person eine E-Mail. Seitdem ich wirklich, wie, ich zelebriere diese Beziehung zu meiner Intuition. Ich bin wirklich mittlerweile so diese, meine Intuition ist mein innerer Kompass, auf den ich mich so extrem verlasse. Und es ist wie so eine Liebesbeziehung, die ich angefangen habe aufzubauen, zu der Intuition, wo man am Anfang erstmal so, ich weiß nicht, ob ich dir wirklich vertrauen kann, du siehst ja ganz cool aus, aber und nach und nach, umso mehr ich dieser Stimme gefolgt bin und ich ihr vertraut habe, umso stärker ist diese Beziehung auch geworden, umso besser höre ich meine Intuition. Und es ist so magic und es ist gleichzeitig sehe ich auch all die Dinge in meinem Leben, die ich gemacht habe, wo ich nicht meiner Intuition vertraut habe, wo ich diese Stimme gehört habe von meiner Intuition und ich ihr nicht vertraut habe und wirklich der größte Shit dabei rausgekommen ist und ich danach immer wieder dachte, ich hätte auf meine Intuition hören sollen. Ich hätte darauf hören sollen. Und wozu ich dich einladen möchte, in dieser Formel, du kriegst gleich noch die anderen beiden Teile, dass du für dich erlaubst, da reinzugehen, in diesen goldenen Fluss deiner inneren Weisheit, da reinzusteigen, die Erfahrung zu machen, dich tragen zu lassen von dieser inneren Stimme, die wir alle haben und die so kraftvoll ist, dein Bauchgefühl, deine Intuition, diese leise, aber sehr, sehr klare Stimme. Und du fragst dich jetzt bestimmt, ja Laura, aber wie höre ich meine Intuition? Woher weiß ich, dass es meine Intuition ist? Und ich habe da zwei Dinge, die dir helfen können, auf deine Intuition zu hören. Das Erste ist, dein erster Impuls ist meistens, also bei mir zu 99,9 Prozent meine Intuition, dieser ganz allererste Impuls, dieses ja, nein, dieses es fühlt sich gut an, es fühlt sich nicht gut an, bevor der Verstand reinsnappen kann, sozusagen das Ganze anfängt zu bewerten, dieses aller, allererste Gefühl, was du hast, diesen aller, allerersten Impuls, den du hast, das ist meistens deine Intuition. Und dann fangen wir an, mit dem Verstand reinzugehen und zu überdenken und dann haben wir fünf Millionen Ideen und bla, 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 wie wir es doch auch anders machen könnten oder warum es vielleicht keinen Sinn machen könnte. Aber deine Intuition ist das, was als erstes zu dir spricht. Die ist aber meistens leise, das ist nicht laut, sondern es ist ein subtiles, leises, inneres Gefühl oder eine innere Stimme, ein Impuls. Und da geht es wirklich darum, in die Achtsamkeit zu gehen mit dir, mit deinem Körper. Du kannst deine Intuition nicht hören, wenn du nicht in Verbindung mit dir bist. Und das ist der zweite Tipp. Fang an, eine achtsame, liebevolle, bewusste Beziehung zu dir selber zu führen. Fang an, deinen Körper zu fühlen, zu spüren. Wie geht es dir gerade? Wie fühlst du dich? Wo ist Anspannung in deinem Körper? Wo ist Leichtigkeit in deinem Körper? Beginne, bewusst mit deinem Körper in Kontakt zu kommen, weil dein Körper, dein Sein, wenn du damit nicht in Kontakt bist, dann kannst du dich ja auch nicht hören. Wie soll das gehen? Und so viele wollen immer mit ihrer Intuition in Kontakt sein, mit ihrem Bauchgefühl in Kontakt sein, aber sie sind nicht mit sich selber in Kontakt. Wie soll dich deine Intuition anrufen, wenn du nicht abnimmst? Wenn du noch nicht mal ein Telefon da hast? Wenn du noch nicht mal eine Nummer hast, wo die Intuition dich anrufen kann. Ja, also was wichtig ist, im ersten Schritt für dich, Raum für dich zu schaffen, immer wieder in diesen inneren Check-in zu gehen. Wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Was ist da? Was sind für Gedanken da? Was sind für Gefühle da? Wo bin ich gerade in mir? Und immer wieder damit in den Check-in zu gehen. Und dann, wenn du in dieser Verbindung bist, dann wird es auch viel leichter für dich sein, in diesen Fluss einsteigen zu können und dieser Stimme zu hören. Also den ersten Impuls für diese Unaufhaltbarkeitsformel der Selbstwirksamkeit ist deine Intuition. Ohne deine Intuition wirst du immer in die falsche Richtung laufen. Und bei Selbstwirksamkeit geht es ja gerade darum, wirksam in dir selbst zu sein, um im Außen das Leben erschaffen zu können, was du gerne leben möchtest. Und dafür brauchst du deine Intuition, dafür hast du deine Intuition. Dein Bauchgefühl ist dein inneres GPS, dein Bauchgefühl ist wirklich dieses innere, hyperintelligente Zentrum, was du in dir hast, was dich lenkt, was dich führt und was wirklich für dich das höchste Potenzial erschaffen kann und dich leiten kann zu genau dem, was du gerade brauchst, um für dich den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Also Intuition, wirklich Intuition, ihr Lieben, geht in euer Bauchgefühl, springt in diesen Fluss der inneren Weisheit, verbinde dich mit diesem Gefühl, vertraue deinem Bauchgefühl. Es wird dich genau dahin lenken, wo du hingehörst. Und fang an, diese liebevolle Beziehung mit diesem Bauchgefühl, mit deiner Intuition aufzunehmen, immer wieder in Kommunika. Du kannst mit deiner Intuition sprechen. Es ist wie so ein innerer Anteil in dir, mit dem du in Verbindung gehen kannst. Und meine Intuition, und es ist so spannend, und ich hatte wirklich, ich hatte, oh mein Gott, allein in diesen letzten zwei Monaten, ich hatte so viele, ich nenne es immer Divine Synchronicities, also irgendwie diese göttlichen Momente, Momente, wo plötzlich was passiert und du denkst dir einfach nur so, wow, das ist crazy, das ist jetzt wirklich crazy, dass das genau so jetzt irgendwie kommt. Ich habe da so schöne Erfahrungen gemacht, weil ich so sehr auf diese kleinen Impulse höre, dieses, mach diese E-Mail auf, ruf diesen Menschen an, mach diese Story zu dem Thema, liest dieses Buch, schlag einfach diese Seite auf, höre letztens zum Beispiel, ich bin Fahrrad gefahren, nur ein ganz, ganz kleines Beispiel, ich bin Fahrrad gefahren, wollte einen Podcast hören, den ich mir in den Kopf gesetzt hatte, dass ich den jetzt unbedingt hören möchte, und mein Handy hat irgendwie die ganze Zeit nicht geladen, und ich war schon so, ich will jetzt diese Folge hören, ja, also ich war voll im Kopf, voll in diesem, ich will, ich will, nicht mit meiner Intuition verbunden, und dann war ich so, okay, Laura, du weißt doch, wie es eigentlich geht, und dann war ich so, okay, wenn es gerade nicht funktioniert, there is a reason, und dann war ich so, okay, I let it go, ich halte auf, unbedingt diese Folge hören zu wollen, und bin sozusagen zurückgegangen, in meinem Podcast Programm, und war so, okay, dann zeigt sich jetzt einfach genau die Folge, die ich hören soll, und dann kam genau oben, eine Folge, die ich noch nie gehört hatte, aus einem Podcast, den ich gar nicht kannte, und ich klicke da drauf, und es war dann eine Folge von dem Autor von The Seed of the Soul, glaube ich, und Gary Zukov, ich meine, es war Gary Zukov, oder war es Michael Singer? Naja, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich das angeklickt, und es ging dann in dieser Folge, um genau exakt die Situation, in der ich gerade war, in diesem Moment, wo ich Hilfe brauchte, also wo ich irgendwie nicht wusste, okay, wie kann ich da weitermachen, ich brauche da jetzt irgendwie einen Impuls, und ich höre diese Folge, und er sagt exakt als Beispiel die Situation, in der ich gerade bin. Und ich war so, okay, oh, das ist so crazy, ich war so auf dem Fahrrad, und dachte mir so, wie geil ist das, ich war wirklich, ich bin zu Fahrrad gefahren, ich war einfach so, Universum, ich liebe dich, ich liebe dich einfach, ich liebe dich, und es war so cool, und es ist, und da wirklich, ich werde, ich werde nochmal eine Folge machen, in diesem Jahr, zu all diesen Divine Synchronicities, die jetzt gerade so passiert sind, in meinem Leben, und das ist nur, weil ich anfange, loszulassen, was ich denke, was ich tun soll, und reinzufühlen, in meine Intuition, und mich von ihr leiten lasse, zu dem, was gerade richtig ist. Und das sind diese, wirklich diese, diese kleinen Impulse, Laura, mach jetzt das, Laura, öffne dieses Buch, hör diese Podcast-Folge, ruf diesen Menschen an, mach diese E-Mail auf, obwohl ich gar keinen, obwohl ich normalerweise nie so eine E-Mail aufmase, also keine Ahnung, zum Beispiel, ja, ich werde das alles nochmal in Ruhe erzählen, weil ich da gerade gar nicht so tief reingehen will, weil die Folge sonst viel zu lang wird, aber es ist wirklich, ich kann euch einfach nur sagen, es ist unfassbar, was passiert, wenn du diesen kleinen, feinen Impulsen in dir anfängst, zu folgen, dieses, fahr am Wochenende dahin, mach das, ruf diesen Menschen an, diese Dinge, die die ganze Zeit in uns reinkommen, um dem zu folgen und nicht sofort so, dafür habe ich gerade keine Zeit, aber da, 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 mach es bitte einfach mal für einen Monat, lebe mal für einen Monat nach dieser Formel, die ich dir in dieser Folge gebe. Erster Schritt, Intuition, in Verbindung zu gehen mit deiner Intuition, mit deinem Bauchgefühl. Das Zweite, die zweite Qualität in der Selbstwirksamkeitsformel ist Intention. Das Erste ist Intuition, das Zweite ist Intention. Absichtsvoll zu leben. Was bedeutet es, eine Intention zu haben? Werde ich immer wieder gefragt und ich habe letztens, als ich die Videos für meine Ausbildung aufgenommen habe, plötzlich dieses Bild dazu bekommen, dachte mir, ja genau, das ist so geil. Also, eine Intention zu haben, bedeutet, eine Absicht zu haben, klar darüber zu sein, warum du, etwas tust und was du tun willst. Also, in sich ganz klar und allein zu sein, was will ich tun und warum tue ich, was ich tue? Also, was ist die Energie hinter meiner Handlung? Okay, was ist die Energie hinter meiner Handlung? Als Beispiel der Coaching-Ausbildung. Für mich ist die Intention mit der Coaching-Ausbildung, Menschen, all das Wissen an die Hand zu geben, was ich in den letzten Jahren entwickelt habe, angewendet habe, um sie auszubilden, als Virtual Life Coach arbeiten zu können, um noch mehr Menschen in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, in Kontakt zu bringen mit sich, mit ihrem Higher Self, mit ihrem eigenen spirituellen Weg. Und das ist meine Intention. Das ist, warum ich tue, was ich tue, um einfach noch mehr Menschen erreichen zu können, um noch mehr Menschen zu empowern. Und das ist für mich so geil und so erfüllend. Und das ist meine Intention. Das ist meine Absicht, warum ich tue, was ich tue. Wie funktioniert es jetzt, absichtsvoll zu sein? Wie kannst du nach einer Intention leben? Das Erste ist, dass du natürlich im Hier und Jetzt dir darüber klar wirst. Was ist deine Intention? Warum tust du, was du tust? Und das ist das, was dich in deine Selbstwirksamkeit bringt, dass du anfängst, wieder zu dir zu gehen und zu sagen, ich höre auf, andere Menschen das Auto meines Lebens fahren zu lassen und mich irgendwo hinzulenken und ich komme immer mehr und immer mehr in meine innere Kraft, in meine innere Absicht und bringe das zum Ausdruck, was durch mich zum Ausdruck gebracht werden möchte. Klarheit. Was tust du? Was willst du tun? Was willst du, dass in einem Jahr von heute in deinem Leben existiert? Was willst du erschaffen? Was darf durch dich kreiert werden? Und warum? Das ist dieses Absichtsvollsein. Und es gibt in diesem Universum keine Wirkung, ohne dass es nicht auch eine Ursache gibt. Das heißt, es gibt nichts, was in der Zukunft in deinem Leben entstehen kann, ohne dass du nicht vorher für dich die Ursache dafür klar hast, im Sinne von deine Absicht. Deine Absicht ist, was deine Zukunft erschafft. Das, womit du bist und warum du bist, womit du bist, ist das, warum du tust, was du tust. Und wenn du dir darüber nicht klar bist, dann tust du irgendwas und wunderst dich dann über irgendwelche Ergebnisse, weil du in deiner Intention nicht klar bist, weil du in deiner Absicht nicht klar bist. Also absichtsvoll zu sein, intentional zu sein, ist wirklich diese Energie. Und das ist jetzt das Bild, was ich mit dir teilen möchte. Du kannst dir vorstellen, eine Intention zu setzen, ist so, als würdest du an deine Zukunft einen Brief schreiben, mit einer sehr, sehr, sehr klaren, direkten Beschreibung zu dem, was kommen wird. Also ich werde diese Coaching-Ausbildung aufnehmen, weil ich gerne Menschen darin empowern möchte, ebenso als Spiritual Life Coach, andere Menschen wiederum in ihre Kraft zu bringen, darin zu unterstützen, ihren eigenen authentischen Lebensweg zu gehen, ihren eigenen spirituellen Weg zu entdecken, um dadurch dazu beizutragen, dass wir alle miteinander in einer friedlicheren, inspirierenderen, geileren Welt zusammenleben können. So, das ist meine Intention, das ist, was ich tue, warum ich es tue, dafür nehme ich dieses Programm auf, was so geil ist und so. Und dann kannst du dir vorstellen für dich, du schreibst jetzt diesen, wie so einen mentalen Brief an das Universum und lädst ihn auf mit der Energie, die du fühlst, wenn das da ist. Also wie fühle ich mich zum Beispiel nächstes Jahr, wenn diese Ausbildung abgeschlossen ist und ich weiß, ey, da sind jetzt so viele Menschen, die so aufgeladen sind mit all diesem Wissen, mit dieser Fähigkeit, Menschen richtig geil, professionell, nachhaltig auf ihrem Weg unterstützen zu können. Und dieses, wie fühle ich mich dann? Ich fühle mich, ich fühle mich erfüllt, ich fühle mich dankbar, ich fühle mich demütig, ich fühle mich, ich fühle mich einfach so, als würde ich mein Purpose leben, als würde ich genau das tun, wofür ich da bin. Ich fühle mich dann erfüllt, ich fühle mich dankbar, ich bin voller Demut, ich bin voller Vorfreude auf das, was danach alles entstehen kann, ich fühle mich verbunden. Und was ich dann mache, ist, ich bin sehr, sehr klar in dieser Intention, warum tue ich, was ich tue? Ja, also ich lade das richtig in mir auf, warum tue ich, was ich tue? Was tue ich? Und warum tue ich es? Und wie fühle ich mich, wenn ich es getan habe? So, und das ist jetzt meine Intention, ja, das ist das, meine Absicht, warum ich tue, was ich tue, was ich tue? Und dann stelle ich mir vor, wie ich das, wie in so einem Brief, ja, das alles da reingebe, diese Energie da reingebe, wie so ein, wie so ein Glitzerstaub, kannst du dir das vorstellen? Wie so eine aufgeladene, wie so ein Energiebrief, so ein bisschen wie bei Harry Potter quasi. Und dann stelle ich mir vor, ich packe das da rein, in diesen Brief, und ich schicke diesen Brief jetzt raus, in die Zukunft, ins Universum, in ein Jahr von heute zum Beispiel. Ich schicke das, das ist meine Intention, das ist, wo ich dem Universum Bescheid sage, dem Leben Bescheid sage, das ist, was passieren wird, das ist, wo ich hingehen werde, das ist das, was ich reingeben werde, das ist das, was ich erschaffen werde, das ist, was ich in Ko-Kreation mit diesem Universum erschaffen möchte, rausgeben möchte. Und das schicke ich voraus quasi. Und eine Intention zu haben bedeutet, dass du deiner Zukunft Bescheid sagst, was kommt, und energetisch den Anker setzt in deiner Zukunft, dass das die Energie ist, die dort entsteht. Das ist so, als würdest du wie so eine Art energetischen Samen schon mal pflanzen in deiner Zukunft. Und da fängt jetzt an, etwas zu wachsen. Und das, was wächst, hat für dich wie so eine magnetische Wirkung zu deinem Herzen, was dich da hinzieht. Das ist wie so ein Tanz mit deiner Zukunft. Dass du sagst, das ist, wo ich hinkommen werde, das ist, wo ich meine Energie schon mal pflanze in der Zukunft, wo ich es einsacken lasse in den Boden und wo etwas wachsen darf und ich schicke meine Energie da schon mal hin. Und alles, was ich jetzt tue in der Zwischenzeit, ist genau in dieser Intention zu handeln, um dann genau das in der Zukunft zu matchen. Es ist einfach eine ganz klare Botschaft an das Universum. Das ist die Wirkung, die ich haben werde. Und die Ursache dafür ist meine Intention, ist meine Handlung, ist mein Sein in Alignment mit dem, was ich erschaffen möchte. Und dann hast du deine Intuition, die dir total klar sagt, das was. Dann hast du deine Intention, die dir total klar sagt, warum? Warum tust du, was du tust? Was ist die Energie, die du dann erschaffen möchtest? Wofür gehst du los? Und wie fühlt sich das für dich selber an? Und du bist dann wie in diesem, ja in diesem wunderschönen, magnetischen Tanz mit dem Universum, was dich einfach, dein Herz wie so dahin zieht, ja wirklich wie, du wirst von deiner Zukunft dahin gezogen, dass genau das durch dich entstehen kann. Eine Intention zu haben ist so powerful. Ich setze übrigens für jede Podcast-Folge, die ich aufnehme, eine Intention, ganz bewusst. Ich setze mich hin, ich setze meine Intention für diese Folge, was ich mir wünsche, was sie bewirkt, die Energie, die ich hier reingeben möchte, die Menschen, die diese Folge erreichen darf. Jede meiner Podcast-Folgen ist aufgeladen mit einer Intention, mit dieser klaren Absicht, wozu tue ich das, was ich tue? Was wünsche ich mir, was diese Folge bewirken darf? Vor jedem Vortrag setze ich eine Intention. Vor jedem Buch, das ich schreibe, setze ich eine Intention. Eine Intention zu haben bedeutet, in deine Wirksamkeit zu kommen und zu wählen, wofür du wirksam sein möchtest. Es gibt ja eine Milliarde Dinge, wofür wir wirksam sein wollen, wofür wir losgehen. Und umso klarer du dich für eins entscheidest, in dem Moment channelst du deine gesamte Energie da rein und dann entsteht das, wofür du da bist, wofür du wirksam sein möchtest. Also Intuition plus Intention. Und dann, Freunde der Sonne, kommt noch die dritte Qualität dazu. Wenn jetzt deine Intuition, das, was dein Seelenplan ist, darauf hörst, plus deine Intention, in einer klaren Absicht bist, allein bist, mit deiner Selbstwirksamkeit. Und das Ganze jetzt, mal Vertrauen. Also du hast Intuition plus Intention, mal Vertrauen und du wirst unaufhaltbar sein in deinem Leben, im Hinblick auf deinen eigenen authentischen Lebensweg. Dieses mal Vertrauen bedeutet, dass du dir das wirklich wie eine Formel vorstellst. Intuition plus Intention, mal Vertrauen ist gleich maximale Selbstwirksamkeit. Vertrauen bedeutet, dass du deiner Intuition vertraust, dass du deiner Intention vertraust und aber auch, dass du dem Leben vertraust, dass du darauf vertraust, dass dir auf deinem Weg auch unglaubliche Herausforderungen begegnen werden, dass es Momente geben wird, wo du nicht weiter weißt, dass es Momente geben wird, wo du maximal herausgefordert werden wirst von diesem Universum und immer wieder darauf vertraust, dass auch in unseren Herausforderungen, in den Momenten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, da in genau diesen Momenten etwas in dir geboren werden darf, etwas in dir entstehen darf, du zu einem besseren Menschen in dir werden kannst, im Sinne von Dinge loszulassen, die dir nicht mehr gut tun, Dinge loszulassen, die anderen nicht gut tun, wenn du sie tust und immer mehr Klarheit darüber zu bekommen, wer möchtest du sein in deinem Leben. Du beginnst mitfühlender zu sein, du beginnst zu verstehen, warum andere Menschen sich vielleicht so verhalten, wie sie sich verhalten, weil gerade durch unsere eigenen Herausforderungen lernen wir ja überhaupt erst zu verstehen, wie es ist, in herausfordernden Situationen zu sein, vielleicht hilflos zu sein, vielleicht mal wütend zu sein, Angst zu haben, all diese Dinge, durch die wir dann durchgehen und wenn du es schaffst, in diesen Momenten mit deinem Vertrauen verbunden zu bleiben, dass das nicht gegen dich ist, sondern dass das etwas ist, was das Leben durch dich erlebbar sein lässt und dir die Möglichkeit gibt, noch mehr dadurch in deine Selbstwirksamkeit zu kommen, dich in deiner Selbstwirksamkeit zu erfahren, weil du eben gerade in diesem herausfordernden Moment spürst, selbst da hast du die Möglichkeit zu wählen, wer möchtest du sein, was willst du hier wählen, willst du Liebe wählen, willst du Angst wählen, willst du Vertrauen wählen, willst du Misstrauen wählen, was willst du wählen in diesem Moment, welche Entscheidung triffst du in diesem Moment für dich, für deine Zukunft, für den Menschen, den du sein willst und Vertrauen, Glauben zu haben in diese höhere Führung, den Glauben an das Gute zu haben, den Glauben daran zu haben, dass dieses Leben durch dich existiert, dadurch, dass du hier bist, ist das Leben da und die Frage ist, wie willst du dieses Leben durch dich hindurch erfahrbar werden lassen, welche Erfahrung willst du kreieren, für dich und für alle, die mit dir in Begegnung kommen, wofür stehst du, wofür gehst du los und wenn du jetzt deine Intuition nimmst, plus die Intention, mal diesem Vertrauen, dann wirst du durch dein Leben gehen mit einem solchen inneren, mit einer solchen inneren Klarheit und mit einem solchen Alignment mit dem Universum, mit dieser Kraft, dass du wirklich wie Wasser bist, be like water, my friend, also dass du wirklich anfängst, wie Wasser zu sein, weil du anfängst, du kannst dich anpassen, du vertraust, du gibst den Widerstand auf, du gibst den Widerstand auf, den wir alle auf eine bestimmte Art und Weise aufrecht erhalten, weil wir denken, wir müssen uns schützen, weil wir denken, wir müssen uns verteidigen, weil wir denken, wir sind alle voneinander getrennt, weil wir denken, wir sind nicht gut genug, weil wir uns alle diesen ganzen Scheiß erzählen und dieser ganze Scheiß führt dazu, dass wir im Widerstand sind, wir sind im Widerstand gegen unsere eigene Schöpferkraft, wir sind im Widerstand gegen das Leben, wir sind im Widerstand gegen andere Menschen und das führt dazu, dass du eben nicht wirksam sein kannst in deinem Leben, sondern du bist quasi anti-wirksam, du bist gelähmt dadurch, du lähmst dich, du lähmst das Leben in dir und wenn du beginnst, deiner Intuition wieder zu vertrauen, den Widerstand gegen deine Intuition, gegen diese weise innere Stimme in dir aufzugeben, wenn du den Widerstand dagegen auflöst auflöst und aufgibst, absichtsvoll durch dein Leben gehen zu können, klar sagen zu dürfen, wer du bist, was du willst, wofür du hier bist und vertraust, dass dieses Leben ein Geschenk für dich ist, dass dieser Tag ein Geschenk für dich ist, dass jede Herausforderung am Ende ein Geschenk für dich ist, weil diese Herausforderung dich einlädt, in die Wirksamkeit zu kommen. Wer willst du sein in diesem Moment? Was wirst du wählen? Welchen Weg wählst du? The Highway or the Low Way? Was wählst du? Und ja, meistens wählen wir erstmal 25 Mal den unteren Weg, bis wir checken, okay, maybe I should take the Highway. Und das gehört alles dazu. All das gehört dazu, dieses Vertrauen zu haben, dass auch wenn du es 20 Mal auf eine Art entschieden hast, die nicht funktioniert hat, jetzt darfst du neu wählen. Dir zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen, dem Universum zu vertrauen, also Intuition plus Intention, mal dem Vertrauen, mal dem Glauben an diese höhere Führung, dass alles miteinander in einem höheren Kontext steht, dass du geliebt bist, dass dieses Leben für dich ist, dass du dich selber hier in die Wirksamkeit bringen kannst, wird dazu führen, dass du wirklich unaufhaltbar wirst, weil du aligned bist, weil du widerstandslos bist, weil du dich hingibst, weil du sagst, okay, let's go. Lass uns das Leben auf einer anderen Ebene erlebbar machen für mich selbst, die nicht im Widerstand ist, sondern die in der Hingabe ist diesem Leben gegenüber. Und ich hoffe, dass dir diese Formel helfen wird. Intuition plus Intention mal Vertrauen ist gleich unaufhaltbare Selbstwirksamkeit. Probier es aus, komm ins Handeln, komm in Kontakt mit dir und ich hoffe, ja, dass sie dir hilft, dass sie dich unterstützt und dass es dir dein Leben dadurch noch schöner werden lässt. Und ja, ich danke dir, schön, dass du dabei gewesen bist. Wie immer, komm gerne bei Instagram vorbei, at lauramarlinaseiler. Lass deine Gedanken da zu der Folge und was diese Formel vielleicht für dich bewirken kann oder wie diese Formel konkret für dich aussehen würde. Was ist gerade etwas, was deine Intuition dir sagt? Was könnte die Intention sein, in diese Handlung zu kommen und wem oder was gilt es da zu vertrauen? Also schreib mir das sehr, sehr gerne, wenn du möchtest, einmal in die Kommentare. Ich freue mich immer riesig, das zu lesen und zu sehen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen, fantastischen Tag. Es ist so, so schön, dass es dich gibt. Und wie gesagt, du kannst das Buch Love Codes 21 Spirituelle Botschaften, wenn du möchtest, jetzt schon vorbestellen. Und ich glaube, im November wird es rauskommen. Ich hoffe. Ich arbeite auf jeden Fall fleißig dran. Das ist wunderschön. Das sind so kurze Impulse zu 21 unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Glaube, die Natur, Vertrauen, Intuition, Intention, all das, worüber wir gerade gesprochen haben, wie du das leben kannst für dich. Und es ist ein Buch, das kannst du einfach aufschlagen und eins von diesen 21, eine von diesen 21 Impulsen für dich dann lesen oder du kannst es eben wirklich in 21 Tagen durcharbeiten und einen Impuls für jeden Tag zum Beispiel nutzen. Genau. Aber bis dahin ist es ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich schreibe da jetzt noch ganz fleißig dran, dass viel Liebe reinfließen und ja, guck mal, welche Idee dich gerade küsst, wo das Universum dir etwas in dein Herz geben möchte und dann erlaube dir, dass es durch dich entstehen darf. Also hab jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Dauer. Deine Dauer. Rosa kommun Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020